In diesem Video beschäftigen wir uns heute mit dem Kreis und zwar mit der Kreiszahl Pi, mit dem Kreisumfang und auch mit der Kreisfläche. Um herauszufinden, was es mit der Kreiszahl Pi auf sich hat, habe ich drei Alltagsgegenstände vermessen. Einmal eine normale Wanduhr, eine Getränkedose und eine Pizza. Ich habe von allen drei Gegenständen den Durchmesser und den Umfang aufgeschrieben und danach den Umfang durch den Durchmesser dividiert. Wie du an der Tabelle sehen kannst, bekam ich bei allen drei Gegenständen ein Ergebnis um die 3,14 herum. Und diese Zahl nennt man Pi. Die Zahl Pi ist eine irrationale Zahl, das heißt sie hat unendlich viele Dezimalstellen. Bereits die Griechen haben vor vielen, vielen, Jahren sich mit dem Kreis beschäftigt und haben durch das Verhältnis von Umfang und Durchmesser die Zahl Pi annähern können. Was man aber nun mit dieser Kreiszahl machen kann, möchte ich dir im Folgenden zeigen. Wir sehen uns nun noch einmal kurz an, wie ich zur Zahl Pi gekommen bin. Ich habe einfach den Umfang eines jeden Gegenstandes durch den Durchmesser dividiert. Wie du bereits weißt, ist der Durchmesser zweimal der Radius. Und wenn ich die Formel nun so umforme, dass ich den Umfang erhalte, erhalte ich als Formel für den Kreisumfang u ist gleich zweimal den Radius mal Pi. Und das ist die Umfangsformel für den Kreis. Als nächstes möchte ich dir die Flächenformel für den Kreis zeigen. Du siehst hier einen normalen Kreis. Um die Flächenformel annähern zu können, werden wir den Kreis nun in 16 kleine Kreissektoren zerlegen. So können wir allerdings noch nicht viel damit anfangen. Wir zerschneiden nun den Kreis und ordnen die 16 kleinen Kreissektoren noch einmal neu an. Wie du siehst, sind die 15 grünen Kreissektoren in der Mitte und links und rechts, die beiden braunen Sektoren, sind jeweils die Hälfte des 16. Kreissektors, um einen schönen geraden Abschluss zu erhalten. Würde ich die Kreissektoren nun noch weiter verkleinern, z.B. 32 oder 64 Kreissektoren, würde sich die Form immer mehr einer dir bekannten Figur annähern. Und zwar einem Rechteck. Die Rechtecksformel kennst du bereits. Das ist Länge mal Breite. Wenn man sich nun kurz überlegt, welche Maße nun unser Rechteck hat, kommen wir darauf, dass die Höhe oder die Breite dieses Rechteckes der Radius des Kreises ist und die Länge unseres Rechteckes ist R mal Pi. R mal Pi ist genau die Hälfte vom Kreisumfang. Wenn wir uns nun mit diesen beiden Seitenlängen die Fläche dieses Rechtecks ausrechnen, erhalten wir A ist gleich R mal R mal Pi, also A ist gleich die Länge mal die Breite dieses Rechteckes. Fasse ich diese Formel nun noch zusammen, erhalte ich für die Flächenformel A ist gleich R² mal Pi. Und so haben wir nun die Formel für den Kreis. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wie in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf dem Blog Mathematik Rocks und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde.